wir machen heute weiter mit der freistellung wir brauchen dringend nämlich ein bisschen kohle dann kann ich mein neues teil einbauen und dann würde mein auto auf stufe 177 so hat die das war gerade mal in ruhe ich will nur das eigentlich nur das ding gefahren wir müssen da man muss man auch lange ja das hier das teil ja dieses fahr ich hier über die autobahne stück ich weiß dass ich jetzt da müssen wir doch da lang oder wir fühlen sich aber nicht so dann fahren wir hier runter wir sind schon das haben wir schon mal gewesen na dann doch hätte man nicht herausfordern wir müssen sowieso machen oder kommt steht ich will mir ein schild mehr herausfordern einfach den können wir doch sowieso schlagen wir müssen 21.200 punkte haben ach das ist ein drifting das ist gar kein takeover ich habe gedacht das wäre ein takeover gewesen okay soviel zum thema dazu ne wenn ich große fresse habe wenn ich große fresse habe okay das ist kein takeover das ist ein scheiß drift das ist ein scheiß drift gewesen das war keine dinge ich dachte mir das machst du mal kurz nebenbei das kann man gar nicht machen stufe a brauchen wir da ich gucke gerade nur wegen ach das ist ja man sollte auch lesen das ist ja die märz ich wollte nur sagen dass ich echt stolz auf dich bin ach boah hör doch auf ich werd noch ganz rot weißt du was kiddo wenigstens schlagen wir die leute die uns das angetan haben auf ehrliche weise danke schön zu hören dachte du solltest das von mir hören wir sehen uns morgen das ist was die eule da abholen wird was ist denn das überhaupt oh das ist schon ein stück das schöne ist ich habe das preisgeld verloren ich habe also die ganze kohle weg ich bin wieder bei 8000 mann ich habe die karriere aufgebaut diese scheiß drifte wend 3.000 euro einfach mal für was scheiße ich habe mich gerade so ein bisschen mann ich will eigentlich gerne das auto ein bisschen bauen ich kann die 16.000 gar nicht 7 nämlich das auto aufbauen kann nötig das darfst du nicht nein 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 muss 3.000 einfach für den jahr verschenken aber ich zahlst du gut vermeide die cops diese cops sind echt nicht ohne innerhalb der szene hilft man sich ziemlich nett von dir wo willst du denn hin mein versteck geht klar wofür haben sie dich denn angehalten nicht wirklich angehalten die haben meinen lachzerkratz und so geflucht dass meine oma erröten würde du bist auf der flucht so sieht's aus das hier ist beihilfe hoffentlich hast du einen guten anwalt lebendig kriegen die uns nie tot oder so ich muss jetzt hier gerade mal außen rum weil wieso starrst du mich mit so großen augen an ja natürlich wir sind freut mich hast du dir da hinten den kopf angeschlagen ich folg dir auf insta punk punk diva ich lieb dein zeug dankeschön ich will dort einfach mein wahres ich zeigen weißt du habe selbst lang genug danach gesucht ja kann man sehen deine aufnahmen von lake show sind direkt fröhlich Menschlich. In meiner Community musste ich ein Mann sein. Das war die Hölle. Bin da zum Glück rausgekommen. Jetzt lebe ich mein Leben, tue worauf ich Lust habe und helfe anderen, ihr selbst zu finden. Zentrale, ich glaube, ich sehe die Zielperson. Siehst du dich? Ich bin übel, aber da geht noch was. Tschö. So, jetzt bin ich den, kommt zumindest mal los. Was ist denn das überhaupt noch? Ach, gar nicht mehr weit. Direkt um die Ecke. Direkt um die Ecke. Na, ich glaube, wir müssen das jetzt sogar schon folgen gehen haben, weil ich gleich nochmal recken muss. Ja. Ähm... Danke? Siehst du als Kompliment? Schau jederzeit vorbei. Meine vier Wände gehören dir. So, ein weiteres... Versteck. So. Naja. Mann, 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 Mann. Das Problem mit dem Jager gerade, dass ich die Kohle weggeworfen habe. Einfach so. Wir müssen sehen, wir machen es einfach was anderes. Wir machen, wir bauen das Auto nicht komplett auf, sondern wir machen das stückweise. Ja, wir müssen nochmal mal anfangen mitzuhalten. Die haben ja nicht 175, sondern 155. Das wäre nämlich ein Vorteil. So, jetzt muss ich gerade gucken, was ich habe. Das wäre jetzt zum Beispiel so ein Teil. Dann bauen wir das natürlich ein. Dann haben wir nämlich die Stufe, die wir da oben brauchen, um zumindest mit dem einen oder anderen mal mitzuhalten. Jetzt haben wir zumindest mal Wieseluft, was das betrifft. So, ich gucke mal gerade. Hier hat 15.000 erfolglicher Warnschung oder erfolgliches Geld. 3.000, ja, Langstreckenlimit. Sky is the limit. So, das war, wollte ich eigentlich leider nichts vorgemacht. Ja, gut, ich mache trotzdem jetzt einen kleinen Break. Ich habe ein bisschen was vorbereitet jetzt für die nächste Zeit. Ich mache meinen Urlaub hinweg. Und wenn ich dann wieder aus dem Urlaub zurückkomme, quasi, ich denke mal, ab der nächsten Folge, übernächste Folge, wenn wir dann so richtig wieder losballern hier bei Liefers wieder anbauen. Und ich freue mich drauf, auf jeden Fall. Und ich bin raus heute. Wir sehen uns dann, wie gesagt, jeden Tag um 18 Uhr, wenn es möglich ist, wieder. Bis dann. Tschüss.